Lieber Danilo, deine Unsicherheit, weil Diana wieder reinkommt, hat mich überrascht. Du lernst gerade eine wundervolle Frau kennen mit einem wertvollen Charakter und du kommst aus der Bahn wegen Vars. Boah, also es war krass, als ich die Nachricht von meiner Mutter erhalten habe. Ich war einfach so geflasht, ich war einfach so leer und ich wollte einfach mehr erfahren, was sie da schreibt. Dir sollte bewusst sein, was für ein wertvoller Mensch an deiner Seite ist. Das ist einfach schön zu hören, wenn die Mama von dem Mann, den man eigentlich die ganze Zeit anhimmelt, so was über einen denkt oder sagt und ihrem Sohn so auch weitergibt. Und ja, schade, dass wir uns nicht kennenlernen, aber... Über Diana kann und will ich wenig sagen. Sie ist eine erfahrene Frau, die genau weiß, dass viele Männer auf sie stehen. Darum sei vorsichtig und das sage ich dir als deine Mutter. Ähm, die Worte haben mich brutal getroffen. So sind die Mamas. Sie kennen dich und sie kennen das Leben. Von seiner Gang. Hey, du Model. Wir hoffen, dir geht es gut, großer Mann. Anfangs haben wir uns gefragt, ob du mit Samira wirklich die richtige Entscheidung getroffen hast. Und ob ihr typmäßig überhaupt zusammenpassen würdet. Oder ob Diana nicht eher was für dich gewesen wäre. Aber du hast uns in den weiteren Wochen wirklich überzeugt, dass du Samira gern hast. Sorry, Leute. Echt? Alles gut. Ich sehe da ja eine neue Kunstform. Der geweinte Brief. Hallo, meine kleine Pucki. Wir verfolgen Team Michada. Alle gespannt seit dem ersten Tag und freuen uns, dass ihr euch gefunden habt. Du bist stark und dominant. Wer nicht zu 100% hinter dir steht und dir den nötigen Respekt entgegenbringt, dem rennen wir nicht hinterher. Alles, was für mich wichtig ist, ist, dass ich dich am Ende mit halben Herzwehen in die Arme schließen kann. Oh Gott. Good morning in the morning, liebe Melissa. Wir alle sitzen jeden Abend vor dem Fernseher und fiebern voller Aufregung mit. Und immer wenn du weinst, muss ich hier auch weinen. Oh Mann, ich auch. Ich mache dir nicht zu viele Gedanken mit, Danilo. Er braucht nur etwas Zeit, um das alles zu verkraften. Du bist so toll, wie du bist. Bleib und sei authentisch. Erzwinker man nichts. Erzwinker man nichts. Bis bald, wir haben dich lieb. Deine Mama auch. Ich liebe meine Familie und meine Freunde einfach so sehr und man sagt es einfach viel zu selten. Ihr habt ein Highlight von mir verpasst. Abonniert den YouTube-Channel, drückt die Glocke und wir sehen uns. Bis bald. Fass auf die dopamine. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.